Wir gehen jetzt in Olaf Jäger. Der Mann ist eigentlich Olaf Schubert und er ist auch bekannt als Olaf Schubert und wir werden jetzt rausfinden, was es mit der Sache auf sich hat. Ja, Olaf Schubert ist mir sehr sympathisch. Ich habe dieses Bier hier reingeschmuggelt. Okay, du kannst mir auch was in die Cola tun. Nicht los. Das ist illegal. Ich weiß gar nicht, wie das schmeckt. Ja, obdachlose Mitbewohner kann auch kurz herkommen und seinen Radeberger öffnen und hier auch noch einen Schluck rein tun. Das muss man ein bisschen öffnen. Irgendwie. Das muss man jetzt noch kurz öffnen. Dann kann man das hier öffnen. Warte mal. Okay, ich fühl's nicht mehr. Bier und Daumen. Und dann. Juli, ja, schmeckt's Bier am besten. So, wenn ich schon einen Bedarf habe, dann holte ich mir auf jeden Fall noch einen kleinen Nachschlag, bitteschön. Ups, du Scheiße, Max, 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 äh, Scheiße, warte mal, wir brauchen unser Herde, wir brauchen noch mal kurz das Club, das ist ein Weiberclub, warte mal, warte mal, wir müssen das, warte mal, wir müssen das wieder auflösen, wir müssen das wieder auflösen, ich finde die Maske so, hier ist Punt, du Scheiße, brauchen wir, wenn wir das so auflösen, das ist richtig, so auflösen, wir müssen das 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 so auflösen. So, warte, jetzt haben wir das gut aus. Juh, der Mangel ist irgendwas schon getan. Hast du Olaf Schubert? Wie der hier? Achso. Ja, okay. Vielleicht nehmen wir das in den Schluck. Wie hast du die Schmecke, Herr Frieder? Was ist denn das? Boah, ich... Klappagebeck! Ja, hier, hier, ich habe die Schlamme... ...und das ist eine Schlange. Was ist das? Die halt irgendwo klingeln, und dann nicht so richtig was passiert.